Ja, um hier ein Missverständnis vorhin wegzuklären. Es ist bei meinen Videos nie um einen Kasten gegangen. Ich erwähne auch niemanden, weil ich weiß, dass ich damit die Menschen respektlos mache oder ich keinen Respekt mehr von denen habe und so. Es ging nicht um meinen Kasten. Es geht auch nicht um Personen, die ich kenne. Es geht um ein Gehen-Stress. Nicht um Personen, sondern um Gehen-Stress. Weil bei mir ist es manchmal so, wenn ich zu schnell gehe oder es bergauf ist, tun mir manchmal taxen weh. Und da ging es nicht um einen Kasten. Da geht es nicht um irgendein Gekriegsel, Gezeichner. Da geht es nur um etwas ganz, ganz anderes. Und auch nicht um die Leute, die ich kenne. Ich hoffe, das Verständnis wurde nicht noch missgeklärter. Ciao.